In diesem Video möchte ich Ihnen unser Fach, die Psychologie, ein wenig näher vorstellen. Die Psychologie stellt Fragen und gibt Antworten. Antworten auf Fragen wie, wie verhalten sich Menschen? Wie erleben Menschen sich und ihre Umwelt? Wie entwickeln wir Menschen uns über die Lebensspanne? Welche inneren und äußeren Bedingungen und Ursachen haben einen Einfluss? Wie lässt sich das Ganze wissenschaftlich untersuchen? Die psychologische Praxis ist vielfältig. Das heißt, es gibt eine ganze Bandbreite an Berufsfeldern, in denen Psychologinnen und Psychologen arbeiten. Das bekannteste Berufsfeld ist wahrscheinlich die Psychotherapie und die psychologische Beratung. Darüber hinaus gibt es aber auch Felder wie beispielsweise die Umweltpsychologie, die Verkehrspsychologie. Dann die Frage, wie Menschen Medien nutzen und warum sie das tun und welche Folgen das hat für die mediale Nutzung, zum Beispiel medialer Kommunikation. Und last but not least die Frage, wie wir Psychologinnen und Psychologen überhaupt an Wissen kommen. Das heißt, Forschung und Lehre spielen eine ganz wichtige Rolle. Nun zur Frage, die Sie sich wahrscheinlich stellen, soll ich Psychologie studieren? Nun, wir empfehlen Ihnen hier, recherchieren Sie. Recherchieren Sie die Inhalte verschiedener Psychologiestudiengänge, machen Sie sich schlau. Besuchen Sie, wenn möglich, Schnuppervorlesungen und andere Veranstaltungen, in denen Psychologie als Studiengang vorgestellt wird. Lesen Sie Grundlagenliteratur für das Psychologiestudium. Testen Sie sich beispielsweise in Online-Selbsttests für Studieninteressierte. Machen Sie ein Praktikum in einem psychologisch relevanten Bereich. Sprechen Sie mit PsychologInnen und Studierenden der Psychologie und last but not least kontaktieren Sie uns. Dazu wird Ihnen meine Kollegin Simone Heiderscheidt in einem anderen Video noch weitere Informationen geben. Nun stellt sich die Frage, was kommt danach? Denn das Bachelorstudium der Psychologie liefert Ihnen lediglich die Grundlagen. Das bedeutet, Sie müssen nach dem Abschluss des Bachelorstudiums ein Studium im Master Psychologie erfolgreich abschließen. Das können Sie an der Universität Luxemburg zum Beispiel im Master Psychological Intervention tun. Erst dann können Sie als Psychologin oder Psychologe ins Berufsleben einsteigen. Sie können aber nach dem abgeschlossenen Master in Psychologie beispielsweise eine Ausbildung zum Psychotherapeutin, zur Psychotherapeutin, ebenfalls hier an der Universität Luxemburg, belegen. Oder die wissenschaftliche Forschung, die Sie im Rahmen des Bachelor- und Masterstudiums kennengelernt haben, gefällt Ihnen so gut, dass Sie weiterhin an der Universität bleiben wollen und ein Doktorat anstreben. Im nächsten Video werde ich Ihnen den Bachelor of Science in Psychology, unseren Studiengang, im Überblick näher vorstellen.